Hallo meine Lieben und Willkommen zurück. Heute möchte ich euch mal wieder ein Ü-Paket zeigen. Habe ich jetzt auch länger nicht gemacht. Und zwar hat mir die liebe Salina ein Paket geschickt. Ich werde wieder alles unten verlinken. Die liebe Salina macht auch überwiegend Bastelvideos und duftelige Videos. Duftkerzen und Handmade. Und ich werde euch alles unten verlinken. Und das Paket kam gestern. Ich habe es auch schon ein bisschen geöffnet. Und ja, ich bin gespannt drauf. Wie gesagt, es ist jetzt schon länger her, dass ich so ein Video gedreht habe. Wir haben jetzt schon länger keine Ü-Pakete gemacht. Oder Taschpakete oder wie auch immer. Und da lacht mich eine Karte an. Und die hat sich selbst gebastelt die Karte. Sieht recht schön aus. Aber so ein Talent habe ich nicht, wenn ich bastel. Aber ich habe jetzt auch länger nicht gebastelt, muss ich sagen. Wie gesagt, ich habe jetzt schon Ewigkeiten keine Taschpakete mehr gemacht. Und die Karte habe ich schon durchgelesen. Und ich bin sehr gespannt drauf, was du mir eingepackt hast. Wäre nicht nötig gewesen. Und da habe ich einen Sampler von Yengi. Und das ist der Holiday Lights. Den kenne ich noch gar nicht. Ist so ein bisschen von der Hälfte ungefähr von dem Sampler. Und den kenne ich noch gar nicht. Da ist auch ein parfümiger Duft. Bisschen mystisch. Ich glaube, da ist auch irgendein Sandelhütter oder sowas mit drin. Sehr parfümig. Leicht süß. Auch garer Duft. Geht so ein bisschen in die Richtung Quakely Woodfire. Bloß ohne das Raurige. Aber garer Duft. Bin ich sehr gespannt drauf. Dann habe ich einen Sensibar. Fast voll noch. Das ist der Just Bright. Ich glaube, den hatte ich auch schon mal gehabt. Ich glaube, das ist auch ein Bestseller. Glaube ich. Ja, der ist schön frisch grün. Ich meine auch irgendeine Citrischer Rasurchen. So ein bisschen auch Minze oder so. Oder Pfefferminz. Irgend so was bisschen. Also. Es hat ein bisschen was grünes, krautiges. Und auch so ein bisschen was zitrisches. Vielleicht ist es auch Zitronengras. Oder so. Auch riecht sehr geil. Kommen wir mir auf alle Fälle ins Bad. Dann habe ich von Irma den Pesachio Ice Cream Cake. So ein kleines Würfelchen bekommen. Ja. Und der riecht wirklich eins zu eins noch Pistazien-Eis. Mein Lieblings-Eis esse ich gerne. Ja. Dann riecht er auch richtig schön noch Pistazien-Eiscreme. So. Dann habe ich von Woodbride Cherry Blossom. Ich glaube den hatte ich schon mal. Das ist auch noch halb voll. Hier. Und der riecht anders da. Wie der von Yankee. Der von Yankee ist mehr fruchtiger. Der ist mehr floraler. Finde ich aber sehr schön. Floral pudrig. Weniger süß. Finde ich aber gar nicht schlimm. Ist auch mal schön. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Schöner Frühlingsduft. Dann hat sie mir so zwei Emnu Kaffees mit reingemacht. Die kaufe ich auch wenn ich mal auf Arbeit bin oder unterwegs. Von Jakobs Krönung. Klassik 3 in 1. Da ist Zucker, Kaffee und ich glaube so Milchersatz mit drin. Geht immer. Also zwei Stück. Dann habe ich Kiwifruit bekommen. Da habe ich noch drei Blöcke. Den kenne ich schon. Den hatte ich auch gehabt. Die finden ganz okay. Der ist jetzt nicht mega intensiv. Muss ich sagen. Der hätte ich mir mehr damals davon versprochen. Der riecht nach Kiwi. Obwohl der riecht eigentlich mehr nach so Kiwi Kaubgummi irgendwie. Finde ich. Sehr süß. Fruchtig. Ganz leicht zwirlig. Aber wie gesagt. Ich bin jetzt nicht unbedingt mega gehypt auf den Duft. Aber werde ich auf alle Fälle verdüfteln. Dann geht es weiter mit Love Happiness. Ist von Bring Back My Bar. Ich weiß jetzt gar nicht ob das von diesem Jahr ist. Das ist noch komplett voll fast. Das weiß ich jetzt gar nicht. Der riecht auch sehr interessant. Aber auch schwer zu beschreiben irgendwie. Auf alle Fälle floral. Ich weiß nicht ob da Rose mit drin ist. Sehr cremig. Parfümig. Muss ich testen. Kann ich echt schwer beschreiben den Duft. Muss ich testen. Dann von Woodwater. Das habe ich auch damals bestellt gehabt. Das war schon lange her. Ein Sampler Wanders Lust. Ich habe ewig nichts mehr bestellt von der Firma. Das ist auch etwas Parfümiges. Geht für mich so ein bisschen in die Richtung frische Wäscher Parfüm finde ich. Er riecht auch nicht mega intensiv. Floral süß. Leicht Parfümig. Muss ich testen. Bin ich gespannt. Dann von Ice Flower den Carnival of Lights. Kann da noch voll zu sein. Ja. Riecht auch Parfümig. Ja. Könnte auch so eine Art frische Wäsche Parfüm sein. Ich habe keine Ahnung. Kann ich schwer beschreiben. Muss ich testen. Dann von Doris Coconut Milk Lavender Black Coconut. Okay. Auch eine geile Mischung. Also Kokosnuss Duft und Lavendel. Ja. Auf alle Fälle Kokosnuss. Es könnte auch in die Richtung Black Coconut gehen. Von Yankee. Ja. Der Lavendel rundet das schön ab. Aber ist jetzt nicht im Vordergrund. Sehr geile Kombi. Bin ich sehr gespannt drauf. Dann von Claudia den Kashmir Sider. Ja. Schon ein Kashmir Duft wahrscheinlich. Ich habe gerade den von Yankee drin. Den Kashmir. Der riecht anders da. Der geht mehr in die frischere Richtung. Weniger in die Parfümige. Hat aber. Das geht eher in so einen Weichspüler. Kashmir Wäsche Parfüm Richtung. Sehr interessant. Bin ich sehr gespannt drauf. Dann habe ich ein 2 Brüppchen bekommen. Von Toasted Acorn and Oak. Ich glaube den hatte ich schon. Geröstete Eiche. Cremige Kastanie. Ja. Ich glaube den hatte ich schon mal gehabt. Sogar als komplettes Bar. Das war glaube ich mal ein Herbstduft gewesen. Ich glaube der ist aber da rausgekommen. Ja. Der erinnert mich total an. Chestnut Hill. Ne. Golden Chestnut. Hieß der glaube von Yankee. So ein bisschen in. Esskastanie Richtung. Eicher. Sehr gewurzlastig. Ich glaube da ist. Das riecht auch ein bisschen nach Zimt. Ja. Man riecht da so ein bisschen. Das ist den Ahorn raus. So den Ahorn Harz. Bin ich gespannt drauf. Das ist schon länger her. Wo ich den getestet habe. Dann habe ich von Sensational. This is us. Ich glaube den hatte ich auch schon mal gehabt. Ich glaube den habe ich auch mal bestellt. Ich glaube den habe ich auch mal bestellt. Könnte ich auch schwer beschreiben. Ja. Keine Ahnung. Riecht sehr. Da geht auch. Ist glaube ich auch so ein Herbstduft eher. Ich rieche nicht mehr viel. Von dem Duft. Ich meine ich rieche ein bisschen Herbstlaub. Bisschen was Süßes mit drin. Muss ich testen. Wisse ich gar nicht mehr. Na was der geworden hat. Dann geht es weiter mit Quinkelkennel. Der hat Tonka Bienen und Vanilla. Den hatte ich auch schon mal gehabt. Nein. Delight. Ja. Muss man mögen. Tungabohne riechen wir total. Danach kommt die Vanilla. Finde ich schon ganz schöner Duft. Der wird auf alle Fälle in die Duftlampe landen. Bei mir. Dann habe ich von Soul Fraquences den Glitter. Keine Ahnung. Hatte ich auch noch nicht. Der Glitter geht für mich auch so ein bisschen in so eine Bodylotion Richtung. ein bisschen BB. Nea Nivea Creme. Nea Nivea Creme. Der hat was sehr cremiges. Nea Nivea Creme. So wie Nivea Creme. Riecht der für mich. bin ich gespannt drauf kommt auf alle fall ins bad bei mir dann habe ich so ein loli den hatte ich auch schon mal gehabt das ist der pin peony den hatte ich zocker schon mal in der richtigen teil nach peony an der pfingstrose dann wachsgrumps von jengi tangerine garten den hatte ich auch schon mal gehabt das ist auch so ein schöner leicht parfümiger floraler duft genau obwohl das geht eher mehr in die florale richtung ein sehr schöner frühlingsduft finde ich ja der ist echt klasse dann füllen wir das kohligent in eierlikörchen ein kleiner sendschot halb voll noch und der geht doch schon in seine eierlikör richtung ja doch cremig bisschen süß so eine leichte alkohol oder bin ich sehr gespannt wenn der an ist wie der performt habe ich so auch noch nie gerochen bin ich sehr gespannt drauf dann von jengi in wachsbombs das ist der inspire das ist der neue jahresduft den da jengi hat bin der süße gehalten von den jahres duften ich glaube das soll frisch irgendwie riechen oh nee gar nicht aquatisch citrus sehr sehr frischer duft aquatischer duft aber gar nicht schlecht bin ich gespannt geht in so eine richtung wie der lemon squeeze von jengi so in die richtung geht er aber interessant und auch sehr intensiv das wundert mich dann nochmals sensationell ist der rock candy kenne ich auch noch nicht wird so ein süßigkeiten duft sein ja sehr künstlich ich glaube da ist blaupeer oder so mit drin künstlicher muss man mögen ich bin mal gespannt wie der warm ist wie der sich warm entfalten tut aber die marke finde ich so ganz geil die riechen bis jetzt alles sehr intensiv die ich so bis jetzt hatte dann einmal sehen sie was sei wonderland kenne ich noch gar nicht habe ich noch nie gehört das ist ein herbst duft rieche ich auch wieder herbst glaubt was parfümiges was süßes aber auch wieder mit drin bin ich sehr gespannt wird auf alle fälle getestet dann supertats money keine ahnung kenne ich nicht schon eine neue firma zu sein riecht am ersten schnupp auch relativ herbstlich nee so fuß die duft ich rieche irgendwas buttriges fuß die mäßiges vanille aber mehr aber auch nicht muss ich testen also sehr vanillig buttrig mal gucken vielleicht kann ich den mit irgendeinem fruchtduft mischen könnte da gut kommen dann habe ich einfach mal so ein danke bekommen das ist auch von irgendeiner gießerin klar kein name drauf so eine kleine tatze das ist auch wieder für mich was frisches mit drin aber auch schwer zu beschreiben ich glaube das ist ein bisschen zitrone mit drin was cremig ist aber auch kann ich auch schwer beschreiben den duft muss ich warm testen bin ich sehr gespannt drauf dann habe ich eine handcreme bekommen ich glaube das ist weiß ich gar nicht ob das bad and bodyworks ist keine ahnung kenne ich nicht da steht auch kein duft dabei aber laut den label zu urteilen ist es im winter duft bin ich gespannt drauf wird getestet dann von dran dürfte marshmallow konfektion hatte ich auch lange nichts mehr gehabt ja das geht wirklich in so eine marshmallow richtung knatsch süß ein bisschen zucker war da auch mäßig in seine richtung vanillig muss man mögen ich glaube mit dem fruchtduft gemischt kommt er ganz gut werde ich auch testen dann von doris den sweet strawberry so ein stückchen ja riecht noch erdbeeren man riecht auch ein bisschen das grüne noch aus von den plattern von der erdbeeren ja nicht schlecht ich finde jetzt nicht dass es eine süße erdbeeren ist das ist für mich noch eine unreife erdbeeren dies hat noch etwas sehr säuerliches mit drin aber ich bin gespannt wenn der warm wenn das warm ist wie sich das entwickeln wird dann von beautiful fragrance habe ich auch ewig nichts mehr bestellt pink sangria auch sehr geiles wachs so richtig neon pink habe ich auch mal vor jahren mal bestellt ja es könnte in so eine sangria richtung gehen das stimmt na es hat ein bisschen was alkoholisches was fruchtiges mit drin der riecht für mich ja irgendwie warm bin ich sehr gespannt den zu testen der wird auf alle fälle auch in die duftlampe wandern dann von village und den kam ich auch davon hatte ich ein glas gehackt das ist der honey cream der ist ja auch sehr bekannt und der war auch relativ intensiv als glas was mich sehr gewundert hat bei village candle die dufte sind für mich alle zu schwach im glas und der ist richtig bombe cremig sehr also man riecht wirklich den honig raus authentischen honig ich finde es riecht auch sehr nach vanille auch mit wie so ein schöner joghurt den du mit vanille machst und ein bisschen honig mit rein ja oder wie so eine milch einfach eine milch machst und schön honig rein eine warme milch und honig und ein bisschen vanille ja mega geil dann geht es weiter mit eisflower der sweet kann ich gar nicht lesen sweet so keine ahnung ich habe keine ahnung ich stelle es einfach mal in die kamera bin ich sehr gespannt also irgendwas süßes oh ne nichts süßes also den ersten schnupp riecht der für mich wie eine handseife oder so also jedenfalls ein badezimmer duft sehr parfümig sehr floral sehr süß sehr putrig muss man mögen also der ist richtig intensiv ja für mich im frühlings duft weil der extrem floral ist ja aber heftig sehr heftig da bin ich gespannt der ist ja krass der wird auf alle fälle getestet dann habe ich noch mal einen von jakobs classic 3 in 1 bekommen geht immer dann haben wir noch mal sehen sie den bleibeer cheesecake ja den kenne ich ja schon den hatte ich vor zwei jahren schon mal gehabt ist jetzt nicht so ein besonderer duft ich finde ihn jetzt nicht so aufregend der riecht für mich so nach ähm er riecht nach blaubeer nach künstlicher blaubeer nach cheesecake ja aber warm finde ich riecht der für mich nicht wirklich nach blaubeer da kommt eher der cheesecake raus weniger die blaubeere das finde ich ein bisschen schade muss ich sagen und von claudia der lemon poppy seed auch ein sehr geiles vox so neongelb ein bisschen zitrischer duft wahrscheinlich ja der geht auch in seine richtung lemon squeeze von sensi sehr zitrisch sehr zitrisch ja wie auch wie so oder wie so in die richtung nehmen zwei die zitronenbonbons in so eine richtung geht der ja hat aber was finde ich schön so dann geht es weiter mit sensi einmal den amazon rain da habe ich noch drei blöcke das ist ein bekannter duft ein standard sortiment hatte ich jetzt lange nicht gehabt sehr grün fruchtig floral wässrig wirklich wie ein amazonas duft der kommt bei mir auf alle fälle ins bad dann geht es weiter mit chaka da habe ich noch zwei blöcke das ist glaube ich auch etwas parfümiges wenn ich mich nicht täusche ja sehr parfümig sehr aquatisch ja die sind schöne wäsche parfüm ja der kommt bei mir auf alle fälle auch ins bad dann geht es weiter mit einem den ich auch kenne den hatte ich auch gehabt das ist der fairytale pumpkin das war monats duft gewesen mega galer duft ist nicht jedermanns sache der riechschöner pumpkin und nach lakritzer ja und das riecht man auch zuerst kommt die pumpkin note dann die lakritzer ist ein mega galer duft habe ich sehr gefeuert den duft unser guter letztens sind wir auch schon fertig mit dem duft äh mit dem paket ist der lecci sorbet und den habe ich glaube ich auch mal gehabt ich glaube der ist auch ein standard sortiment da habe ich noch vier blöcke das hat auch ein bisschen was wässriges zitrisches an sich ich weiß jetzt nicht wie lecci es riechen ich glaube lecci es riechen noch gar nichts glaube und schmecken auch noch nichts aber der riecht auf alle fälle zitrisch fruchtig wässrig ja schön kann ich mir sehr gut vorstellen vielleicht mit den amazon main als mischung zum beispiel oder mit den kiwifruit kann ich mir sehr gut vorstellen ich bin sehr gespannt drauf ich meine den hatte ich hatte ich den schon mal ich glaube den hatte ich noch nicht gehabt ich bin sehr gespannt drauf riecht auch sehr intensiv und ja das war mein paket gewesen von der lieben salina paket ist alle karton gebe ich auf alle fälle auf ich habe nämlich keine mehr und ja meine lieben dir liebe salina sage ich dankeschön wäre definitiv nicht nötig gewesen und euch sage ich auch danke dass ihr mein video angeguckt habt vergesst nicht das Däumchen nach oben zu machen und mich vielleicht mal zu abonnieren wäre auch cool würde ich mich freuen um ein bisschen größer zu werden und würde sagen bis zum nächsten mal bye bye Hallo meine lieben und willkommen zurück ja heute zeige ich euch mal ein taschpaket und zwar habe ich mit der lieben Tanja getauscht und das paket ist gestern angekommen relativ schwer und da habe ich über instagram kennengelernt und da haben wir ausgemacht dass wir ein taschpaket machen mein paket hat sich schon gekriegt da habe ich schon die bilder auf meine instastory gezeigt und ja jetzt werde ich ihr paket auspacken ich habe es auch schon aufgemacht ich habe auch nicht großartig reingeguckt und jetzt bin ich mal gespannt was er mir alles schönes eingepackt hat ist ja schon ewigkeiten her wo ich überhaupt was für ein video gedreht habe und da fange ich einfach mal an mit einem duft wachsquamps von yangi das ist der oa oa chance da kenne ich auch das ist glaube ich der sommerduft gewesen oder frühlingsduft von yangi der riecht nach kokosnuss parfümig bisschen wässrig hat was süßes mit drin riecht man riecht auch ein bisschen so palmblätter mäßig ja riecht interessant kommt bei mir auf alle fälle entweder ins schlafzimmer oder ins bad da werde ich den testen dann hat sie mir von miss curly wachs den black coconut mit eingepackt hat er schon lange nichts mehr gehabt oh ja geht in so eine richtung black coconut von yangi plus der hier ist cremiger weniger parfümiger ein interessanter duft kann ich mir sehr gut vorstellen mit irgendeinem plumenduft zu mischen bin ich mal gespannt dann geht es weiter mit wifo momenta der soapcake das ist so eine kleine maus scheint ein futti duft zu sein keine ahnung ohne cake geht ja gar nicht der duft finde ich der hat was fruchtiges auch was künstlich fruchtiges ich würde jetzt eher sagen der geht nach so einer kirschbrause oder so in so eine richtung und so eine schorle oder so finde ich persönlich also der hat keinen cake charakter keks charakter oder kuchen charakter hat der gar nicht bin ich sehr gespannt wie der warm ist dann geht es weiter mit miss curly wax dann geht es weiter mit miss curly wax der rosewood meets current einmal sehr gespannt drauf der riecht oh der riecht schön nach rosa parfümig pudrig zart ist auch eine holznote mit dabei ich weiß nicht ob es sandelholz ist sehr geiler duft kommt bei mir auf alle fälle ins schlafzimmer der ist geil der gefällt mir der ist schön dann geht es zwar mit einem kompletten bar von sensi der little man mit kiss de girl von ariel den hatte ich auch schon mal gehabt das ist so ein aquardischer duft der ist sogar noch okunai zu hier ja das ist ein aquardischer duft leicht süßlich aquatisch da ist auch irgendwie so meeresdunst mit dabei das riecht man auch aus so ein bisschen hatte ich damals im bad angehabt wo ich den mir mal das erste mal bestellt habe und da hat er auch gut hingepasst und ja da werde ich ihn auf alle fälle wieder düfteln dann geht es weiter mit colonel candle der peach berlin den kenne ich auch den hatte ich auch schon mal gehabt von der firma habe ich ja schon lange nichts mehr gehabt aber die klemmschätze die kann ich sehr empfehlen ja richtig schön fursig spritzig süß wie wirklich so ein fursig saft oder so leicht cremig ich meine auch ein bisschen vanille rauszuriechen sehr geiler duft ich gespannt das nur dazu testen dann geht es weiter mit ddm blumerica peach ddm weiß ich jetzt gar nicht wer das war ok sehr sehr floral erinnert mich so ein bisschen wie der duft von jenki den es mal gab ach das war glaube ich auch ein frühlingsduft auch ein rotes wachs sehr floral es ist aber süß eine frucht mit bei aber die kommt eher im hintergrund schon ein frühlingsduft bin ich gespannt wird auf alle fälle getestet dann geht zwar mit duftzauberer schwarzwald dragon food iced tea bin ich sehr gespannt drauf oh ok ja ein eistee charakter hat der drachenfrucht auch boah da ist noch irgendwas künstliches mit bei ich weiß nicht ob das eigenwachs ist der geruch werde ich auf alle fälle warm testen muss ich sehen da ist glaube ich irgendein geruch dabei der mich stört muss ich gucken da bin ich sehr gespannt drauf wie der sich warm entwickelt cool dann geht zwar da auch mit einem vollen tarte äh tarte quatsch von twilight frost den kenne ich auch den gab es im herbst winter katalog mal bisschen grüner duft ja muss man mögen hat ein bisschen was rauiges mit bei bisschen etwas ätherisches auch irgendwie mit drin sehr schöner herbst winter duft ja auch sehr intensiv halt in der lampe freue ich mich drauf dann geht zwar damit wohlführende melonsommer and fluffy tolls sind so zwei kleine pinguine oh der riecht interessant melone riecht man auf alle fälle es hat aber auch was künstlich leicht künstliches mit drin was wässrig ist kommt sicher von der melone aber geil gefällt mir dann geht es weiter mit village candle frosted lavender sind auch wax crumbs kenne ich noch gar nicht kenne ich noch gar nicht oh geil richtige krautige lavendel sehr intensive lavendel krass ja hat was finde ich geil der ist echt intensiv bin ich sehr gespannt drauf den testen zu können dann geht es weiter mit iceflower country roads country roads riecht wie so eine body lotion ist was süßes mit drin was florales cremig parfümig wie so eine body lotion so eine frühlings body lotion ja bin ich sehr gespannt drauf das testen zu können so geht es weiter mit village candle togetherness ich weiß nicht ob es richtig ausgesprochen hat wax crumbs oh das ist richtig wie so ein wäscheparfüm oder so ein weichspüler geht so ein bisschen in die ähnliche richtung wie close line von sensi sehr putrig süß floral ja könnte wirklich wie so ein wäscheparfüm sein oder mailspüler riecht auch geil dann geht es weiter von yangi homemade herb lemonade den kenne ich den habe ich auch schon mal gehabt das ist so ein limonadenduft ja ist auch was krautiges mit dabei spritzig zitrisch wie so eine schöne sommerlemonade gab es glaube ich letztes jahr im sommer den duft dann geht es weiter mit duftsauber und lieber duftsauber und lieber so rum polar light immer sehr gespannt drauf so eine halbe tafel ist auch was parfümiges leicht pudrig süßes ja auch wieder wie so eine wie so ein schönes duschbad bin ich sehr gespannt drauf den testen zu können dann geht es weiter mit duftblowers winter nights scheint ein winterduft zu sein ok kann ich gar nicht zuordnen den duft es ist was cremiges parfümig aber ich glaube ich rieche auch den eigenwachs auf muss ich testen kann ich überhaupt nichts dazu sagen hat auch wieder einen ganz komischen unterton irgendwie dann geht es weiter mit icicles and arrowqueen von sensi das ist so ein pröbchen ich kenne ihn ich kenne ihn klappt noch nicht auch interessant steht sogar die duftbeschreibung dabei grün blaue eukalyptus und kiefernadeln mit kristallzucker klassiert ja geht mega eukalyptus mäßig ist er nicht man riecht überwiegend die kiefernadeln raus dann so ganz leicht den zucker hat was kenne ich noch gar nicht wird auf alle fälle gepestet dann geht es weiter mit voxcrumbs das ist der suit von goosequeak suit tie es scheint ein männerduft zu sein ja auf alle fälle geht es in eine aftershave richtung finde ich geil geht so ein bisschen in die richtung wie quay von quinkle candle parfümig ja wieso so ein aftershave leicht frisch bin ich sehr gespannt auf kenne ich auch noch nicht dann von eisflower den smoked vanilla damals gespann auch komplett voll man riecht vanille man riecht wirklich das smoked dass es ein bisschen rauchig ist wie am lagerfeuer oder so auch interessant habe ich auch noch nie so bin ich gespannt wird auf alle fälle getestet kenne ich noch gar nicht dann geht es weiter mit bär kaktus und sie sollt noch ein klassischer badezimmer duft definitiv aquatisch grün ja das siehst du jetzt riecht komplett das grüne wird wahrscheinlich der kaktus sein hat was leicht süßes auch geil kommt auf alle fälle ins bad bei mir dann haben wir zum rain von duftsauberer schwarzwald bin ich mal gespannt wie der riecht ich kenne ja nun den von sensi der ist anders der von sensi ist mehr grüner und bisschen cremiger der ist mehr aquatischer definitiv aquatischer wie so ein regenwald hat ganz leichte grüne komponente aber überwiegend aquatisch aber auch geil bin ich sehr gespannt absoluter wartezimmer duft dann geht es weiter mit wachsmacherei dem moonschild kenne ich auch noch nicht hatte ich auch noch nie gehabt ist etwas mystisches süßes leicht parfümig bin ich auch sehr gespannt drauf kann dir aber auch schwer zuordnen hat aber was bin ich sehr gespannt drauf wird auch getestet dann von county we can den pine and pamelo daylight da wollte ich mir mal ein großes glas holen vor ewigen zeiten ist er noch komplett voll oh der riecht geil also den pine riecht auf alle fälle grün wie so ein tannenwald dann im hintergrund kommt es noch die pomelo durch geil der ist klasse also wenn der wirklich gut ist warm geschnuppert und warm getestet kommt auf alle fälle ein glas her der ist geil dann von duftsauer schwarzwald scandalous das klingt wieder nach irgend so ein parfüm bin ich gespannt ok ne würde ich jetzt eher eine wäsche parfüm tentieren kann ich aber auch schwer beschreiben kann ich aber auch schwer beschreiben muss ich testen auch ganz geile formchen das 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 naturale und was leicht fruchtig ist auch so ganz leicht ich weiß nicht ob das an den parfüm angelehnt ist nach einem namen könnte es fast sein da kenn ich mich überhaupt nicht mit aus aber nicht interessant muss ich sagen hätte ich auch noch nie gehabt dann noch mal vom kolonie kennengl den Drunken food den kennt ich glaube noch nicht riecht geil nicht schön wie drachenfrucht so ähnlich wie der von jengi ja schön fruchtig bisschen wässrig bin ich auch sehr gespannt drauf dann geht es weiter mit widget wo ich auch schon lange nichts mehr gehabt game of thrones mother of dragon die haben ja auch so gerne auf game of wands reihe rausgebracht okay kann man auch schwer beschreiben das hat was parfümiges aber auch ein bisschen was holziges ist ein düsterer duft ein schwerer duft ja aber bisschen floral würde ich sagen bin ich gespannt drauf kenne ich auch noch nicht dann geht zwar damit honey plants den wood 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 also drei hooten honey also honig duft ich meine den hatte ich schon einmal ich kenne die firma auch gar nicht ich meine den hatte ich schon mal gehabt 1a noch honig und snacks kann man sehr gut zu mischen nehmen werde ich auch wahrscheinlich machen dann geht es weiter mit soft blanket von duftsauer schwarzwald da bin ich auch jetzt mal gespannt ob der so riecht wie der soft blanket von duftsauer schwarzwald von jenny von jenny der von jenny ist frisch und putriger der ist ein bisschen schwerer dunkler ein bisschen da ist auch eine blume mit drin bin ich gespannt er hat wenig er ist weniger putriger wie der von sensi äh von jenny bin ich gespannt drauf wird wahrscheinlich auch ins bad wandern der duft dann von ghost quick ein klemmschell hollett wum cake ich glaube den hätte ich auch schon mal gehabt habe ich auch schon lange nichts mehr bestellt ja muss man mögen extrem foodie mäßig man riecht die schoklade man riecht auch ein bisschen den rum den teig ja geil absoluter herbst duft dann habe ich auch einen glass bekommen von clade wahrscheinlich lange nichts mehr gehabt limit edition stay cool watermelden das werde ich so raus machen äh aus dem glas das werde ich nicht so abbrennen und da riecht wirklich nach gurke und Wassermelone auch sehr schöner duft bin ich gespannt habe ich lange nichts mehr gehabt von clade geil freue ich mich drauf dann nochmal von ghost quick der anti food cake den kenne ich den hatte ich schon auch klassischer foodie duft schön vanillig teigig zuckerig süß mega intensiv muss man mögen ich finde ihn geil und dann nochmal einen von ghost quick den kenne ich auch das ist der foiling leaves ist ein herbst duft auch mega galer duft habe ich auch überlegt mir damals das glas zu holen davon der riecht schön nach apfel, nach herbstlaub bisschen nach kastanie, ein bisschen parfümig mega galer duft wenn es den nochmal geben sollte werde ich mir davon auch nochmal ein glas holen dann von quinkle candle der cortland apple den kenne ich noch nicht auch komplett voll noch oh auch geil sehr authentischer roter apfel und noch sonst nix vielleicht leicht grün noch geil freue ich mich drauf dann geht es weiter mit sweet moments mr claus oder mrs claus kenne ich noch gar nicht sweet moments scheint auch eine neue rolle duftfirma zu sein ja ist auch ein foo die duft kann ich aber auch schwer raus riechen also jedenfalls teig riechig süß ich meine schokolade raus zu riechen ein bisschen vanille aber auch schwer zu beschreiben den duft riecht interessant bin ich gespannt drauf wird auf alle fälle getestet dann nochmal von ghostwick der pine apple cake pop ich glaube den hatte ich noch nicht gehabt ja der riecht wirklich noch ananas nach cake ja könnte schon ein ananas kuchen sein ein bisschen vanille ein bisschen süß ein bisschen spritzig säuerlich auch geil sehr geiler duft dann mal ein jenky tart der quillet peachets vanilla den kenne ich auch den gab es glaube ich letztes oder vorletztes jahr das ist schöne gegrillte pfosch mit vanille eis das riecht man auch raus und dann nochmal ein jenky tart kenne ich auch das ist der allis white den gibt es glaube ich auch nicht mehr im standard sortiment das war glaube ich mal ein Weihnachtsluft gewesen das ist aber glaube ich schon 3-4 jahre her ist aber auch schwer zu beschreiben den luft bisschen parfümig würde auch sagen leicht floral aber auch schwer kann ich echt schwer beschreiben den luft dann habe ich noch von ebm creation den egyptischen mask das ist ja auch eine neuere duftfirma sage ich mal was bei candle warmers gibt hatte ich bis jetzt auch noch nicht so viel gehabt davon soll aber gut sein ja und der riecht wirklich wie der von yengi der hat was mystisches auch man kommt sich wirklich vor wie so ein bisschen wie in der wüste hat sie irgendwie was sandiges irgendwie was parfümiges ja riecht auch wieder wie so schönes parfüm irgendwie und bin gespannt drauf dann nochmal ein klemmscher den kenne ich auch von goose quick der ist der custard cream cake den hatte ich auch schon gehabt ja ist ein schöner kuchenduft man riecht den keks äh den cake den kuchen man riecht vanille man riecht sogar die glosur man riecht ein bisschen zitrone auch geil auch mega intensiv und dann geht es weiter mit kringle candle der spellbauer und ich glaube den hatte ich auch schon mal gehabt das ist einer der neueren kringle candle dufter ja und der ist auch wieder frisch parfümig leicht süß floral hat aber was pudriges auch sehr schöner finde ich schlafzimmer duft und dann habe ich noch einen von sensi fast komplett voll das ist einer der neuere pulling back my bar dufter den wollte ich nämlich auch mal bestellen der hund hendwigs und der soll in so eine richtung gehen wie der von yengi der tobacco flower oder wie der hieß ne viva havana ja so ein bisschen eher wie viva havana soll der gehen ja geht er obwohl der geht mehr in die tabak in die tabakblüte der von yengi geht er mehr ins vanillica da ist ja vanille und tabakblüte mit drin den liebe ich ohne ende den duft der ist richtig rauchig also man riecht ja wirklich wie nur tabakblüte muss man mögen solche düfter ich finde ihn geil sehr intensiv also ich glaube ich ist ein duftgranate der klingt geil bin ich sehr gespannt kenne ich auch noch nicht wird getestet dann habe ich noch süßigkeiten bekommen einmal von hitchis die capobong stangen die gab es bei mir schon wo ich klein war gehen immer und dann noch mal eine ganze tüte mit jamaica rum und ferrero rocher die dunklen die kenne ich noch gar nicht wird auf alle fälle getestet und wird gemampft geht ja immer und dann lacht mich noch eine karte an die hat sie selbst gebastelt denn die liebe tanja bastel auch selber hat auch youtube kanal werde alles unten verlinken und instagram kanal und so gut basteln kann ich definitiv nicht sieht total süß aus liebe tanja dankeschön war absolut nicht nötig gewesen so viel rein zu packen ganz geile düfte als der größte teil davon kann ich noch gar nicht dankeschön dankeschön dass du mir auch so viel sensi eingepackt hast auch viele sachen die ich noch gar nicht kenne wie der hendwix zum beispiel freue ich mich drauf dankeschön meine gute und hoffe mein paket hat dir auch gefallen es ist nicht gar so viel drin gewesen wie du mir geschickt hast und ja vielleicht darf ich mir auch noch mal und euch sage ich auf alle fälle danke fürs zusehen und bis zum nächsten mal bye-bye